Heute sind wir, Laura und ich, auf dem Zürichsee mit dem Trimaran unterwegs. Leider hatten wir zu Beginn unserer Tour keinen Wind, aber kein Problem, denn wir haben ja den Tretantrieb. Jetzt kommt doch ein bisschen Wind auf und wir setzen die Segel. Mitten auf dem Seeg nehmen wir ein erfrischendes Bad. Das macht Spaß. Gut erfrischt, setzen wir wieder die Segel und weiter geht's. Musik Musik Durch den Tretantrieb verliert man beim Wenden keine Geschwindigkeit. Wasser, Wind und Pläne, das ist einfach nur schön. Musik 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 Vielen Dank.